schieß den ab da so jemand mal luftabwehr zur sicherheit ja und ich weiß ja warum jetzt kommen sie von oben die kleinen bis backen gut dass ich hier eine luftabwehr habe so hier noch eine luftabwehr hat dazu brauchen wir geld noch eine luftabwehr das ist ein problem dass man da was setzen luftabwehr schießt ihr abschießt ihr abschießt jawohl gerade noch das gefällt mir gar nicht so hier machen wir noch einen da kann ich nichts hin will das darf ich nicht verstellen einen weg müssen sie haben so hier können wir noch was hin mal auf schneller schatten 103 von denen also geld werden wir nur genug zusammenkriegen das steht schon mal fest da ist ein boss jetzt geht man hier noch ein bissel den hin so artillerie auf den wappler ich habe sogar gold gehabt auf dem level und fliegen nein auch luftabwehr fliegende sind ekel erregend da kriegt man süffelis von fliegenden schau dir das an ganz knapp die fressen mir alle karotten die pisse ne den einen haben wir aber eine karotte haben sie geklaut die schweine hirten so noch eine flugabwehr dahin schneller so dalli bagalli funktioniert also eine karotte ist draufgegangen aber der rest läuft ja aber ich habe gold gekriegt bin ich stolz drauf das war nämlich echt nicht so leicht es ist ja nicht mal so dass ich sagen kann ich bin goldgeil oder so aber wenn du mehr karotten savest hast du auch mehr für die upgrades also durchaus sagen wir sinnhaft ne wir brauchen genug gegen den fliegenden hier das sehe ich schon aber es läuft so jetzt hier den schönen upgraden boah schießt den doch ab manche lassen sich echt zeit in dem spiel hier so den upgraden wir noch den können wir auch upgraden den könnte man dann nochmal upgraden dass er richtig wumms in der hütte hat kriegen wir den oder nicht der so ein bisschen speedig hier schießt den ab die sau boah wir haben den nur gekriegt geile sache aber zwei karotten fehlen schon wieder wenn ich es nicht besser wüsste würde ich sagen runkeln hat mir die karotte geklaut aber naja silber es geht ja noch es geht ja noch geht ja noch gehen wir gleich weiter hier was haben wir denn jetzt jetzt haben wir nur vier karotten das ist jetzt natürlich über viel mäßig ist so rechts links kombo das heißt wir wären hier wieso kann ich hier nicht dich auch scheiße es kann man nicht dicht machen die felder das ist absicht ja dann bleibt mir nur eins die auf die fliegenden und bodendruppen müssen wir hier schauen das wird ein problem dann würde ich sagen wir machen das wir machen das und da hinten machen wir das und da macht man dass ich hoffe das läuft jetzt muss ich noch mehr so können was machen wir okay es ist ein bisschen beschissen aber ich kann es nicht ändern nur fliegende aber wir haben so eine kontrolle wir haben es unter kontrolle dann machen wir hier nur einen genau schießt die wappler zusammen da hier haben wir auch noch einen so jetzt bin ich so halbwegs gerüstet hier du musst es nur einstellen als spiel also gaming talkshows ist ein spiel jetzt das ist wie ein spiel wie blommens manches hätte ich einfach nur einstellen und zwar in deinem dashboard stellst du das spiel ein also einer ist schon mal durch eine karotte aber das geht ja nur eine ist keine so auf die hand kann man nur leben die halten sehr viel aus das sehe ich schon scheiße machen wir mal upgrade hier gaming talkshows ist halt das einzige was mir einfällt für spiele die die nicht kennen wenn das spiel kennen die nicht irgendwas muss sie einstellen wenn du nichts einstellst lassen sie dich nicht streamen ist verlässlich danke runkel für den host ich habe gar keine nachricht gekriegt normal hört man dann geräusch komisch ich lese nur gerade im chat holt den mal runter den drei kackvogel hier da was hat man nicht für faule tower hier sind die pensionen oder was pensionisten tower na bemüht euch mal schickt mir würdige gegner nicht solche flaschen ok jetzt kommt ein bisschen mehr ok jetzt kommt ein bisschen viel mehr aber wir werden den jetzt upgraden hier das wird jetzt ein level 3 er nein der glaubt man korrupt ist so eine sau so eine sau macht gescheit damage die die gut abgegradet sind die machen richtig sauber damage oh silver geht das ist nicht Weltrekord, aber geht gibt es Schlimmeres im Leben zum Beispiel gar nicht schaffen so, was haben wir denn hier Feines auf jeden Fall einen Haufen Karotten 10 Karotten, 2 Löcher läuft ja, dann werden wir hier eine schöne Dev vorbereiten so die lassen wir dann da nach hinten wandern dass sie schön einen Umweg machen müssen los geht die Party oh Gott, ein Boss am Anfang? ihr wollt mich doch verarschen lol, zieht ihr das rein die schicken wir gleich am Anfang am Boss solche Homo Sapiens das sind nur Lappen das sind eindeutig Lappen ja, den Boss kann ich nicht aufhalten da brauche ich einen Minutes spielen oh, jetzt kann ich hier auch nichts machen wenn die da drüber wandern lol ich fress immer alle Karotten gierig, gierig also, 3 haben sie schon gefessen und das bei der ersten Wave Gott das gibt ihnen den Popo für mich jetzt für mich jetzt der geht auch durch da müssen wir schauen, dass wir den Rest jetzt aufhalten sonst wird es echt krass hier können wir vielleicht Artillerie hin jetzt mal eine gewisse Basisverteidigung was dann geht es ja so, geben wir was gegen Fliegende da hin so, den kriegen wir sehr schön upgrade denn wir brauchen das können wir probieren jetzt jetzt probieren wir mal die Pumpe hier mal schauen hm ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist aber, naja und schon geschafft naja, 4 haben wir verloren was solls gibt's Schlimmeres so ja, da haben wir nicht viele Felder, die man benutzen können nur die, zwei, das da, das da und das war's dann das heißt ja mehr Kanine machen im Moment Gott, Fliegende auch noch ernsthaft schießen ab jawohl super sch Он sch 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 So, bis jetzt läuft es eigentlich ganz sauber hier, mal schauen. Ich muss den dann upgraden hier, aber da brauchen wir noch weit mehr Moos. Oh Gott, Boss. Naja, der Boss wird durch, das kann ich nicht ändern. Den werden wir nicht aufhalten, also zwei gehen durch, boah, finde ich nicht mehr. Wie viel Fristen der Karotten, eine, okay. Ja, sag mal so, geschafft ist geschafft, bin ich schon zufrieden. Insgesamt sind es 100 Level, ne. 10 Episoden, A10 Level. So, was haben wir hier Feines? Das kann man jetzt von allen Seiten, Gott. Fühlt man sich wie auf Bunny Island. Übrigens, falls jemand von euch, so nebenbei, irgendwann mal probiert, in Battlelog einloggen, muss nicht mal BF1 sein, mir sagen, falls es geht. Weil wenn das geht, dann geht auch BF1 wieder vermutlich. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen eine Mauer machen. Und ich weiß auch schon wie, Leute, ich habe eine Idee. Pass auf, wir werden die so schön nach hinten locken. Locken, locken, locken. So. Wir machen hier diesen Freund. Wir machen hier diesen Freund. So, der einzige, der gefährlich wird, wird der da, weil der geht direkt da runter. Ne. Ansonsten lock ich die da nach hinten, ne. Wie man sieht. Und es läuft. Das heißt, den muss ich als nächstes abwenden, ne. Die wäre... Oh, ne, Fliegende. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ihr Schweine. Ihr Schweine. So. Jetzt, nur die sind gefährlich, weil die gehen so runter, aber die müssen schön den Umweg machen. Das heißt, die da drüben sind wurscht. Mal schauen, ob das aufgeht, diese Idee. Fliegende sind halt scheiße, ne. Wir müssen halt die da extrem upgraden, bis die da vorne am stärksten sind. Dann sollte das auch klappen. 195 Kaniglia. Halleluja. Bin ich in einer Zucht hier? Boah. Das wird... Das wird hart, Leute. Oh, scheiße. So, wir können die noch abtraden. Sehr schön. Ja, ein bisschen mehr Kohle brauchen wir schon. Boah, da kommt noch einiges runter. Also jetzt sparen wir auf 80 und dann werden wir den auf die nächst höhere Stufe hier. Auch da vorne eine stärkere Tower. Da kommen Bosse. Kanickelposse. Posse. Posse. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Musikpfiff. Ja, dann gibt's euch die published. Ja, dann gibt's euch die Redaktionzen. Ja, dann kommt schon auf constants seine Be будущ-pm heraus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020